Diese Uhren trugen Schauspieler im Film. In Batman The Dark Knight trägt Christian Bale als Protagonist Bruce Wayne die Jäger Le Coulte Reverso Grand Date. Wer es nicht wusste, es handelt sich hierbei um eine Wendeuhr. In Wolf of Wall Street trägt Leonardo DiCaprio als John Belfort entgegen der Erwartung mancher keine goldene Rolex, sondern eine goldbesetzte Tarkoia, nämlich die Tarkoia Professional 1000. Sie ist selten gut zu sehen, jedoch trägt Keanu Reeves im Film John Wick von 2014 eine Dresswatch, nämlich die Carl F. Bucherer Manero Autodate an einem schwarzen Alligator Band. Coole Wahl!